Ob als Tee-Erwärmer oder als klassisches Kerzenleuchten, Teelichter zaubern eine gemütliche Atmosphäre in der Winterzeit. Doch leider sind sie meist so klein, dass sie blitzschnell abbrennen. Ein simpler Trick kann hier jedoch Abhilfe schaffen. Hierfür lagert ihr die Teelichter einfach in einer Tiefkühltruhe, bevor ihr sie anzündet. Ja, ihr hört richtig! Der Froster-Trick ist die ideale Lösung, um die Brenndauer von Teelichtern zu verlängern. Doch warum ist das eigentlich so? Ganz einfach! Der Wachs bzw. das Hartparaffin in der Kerze schmilzt ab einer Temperatur von 50 bis 85 Grad Celsius. Ist das Wachs jedoch gefroren, dauert es wesentlich länger, bis das Hartparaffin diese Temperatur erreicht hat. Eure Teelichter brennen dann bis zu einer Stunde länger. So könnt ihr das funkelnde Leuchten in eurer Adventszeit noch länger genießen.